ooooooooohhhhhh Uiuiui Pip-Word, wer ist das? Äh, don't know wer ist hier Who is that Pokemon? It's Flex-Q hat halt einfach diesen Stempel Also es hat natürlich auch diesen Stempel und dieses Stigma als Troll-Q und es ist auch schlecht executed weil wenn ihr euch zum Beispiel anguckt, wie oft wir als Fünferteam nicht gegen Premates spielen ist natürlich nicht gut gelöst, oder? Oder wie findet ihr das? Stellt euch vor, ihr queet rein und dann spielt ihr gegen einen Fünfer-Squad und seid alleine, ne? Das können sie halt nicht ändern, solange nicht mehr Leute spielen würden Hast du eine Ahnung, wie viele Leute insgesamt Loll spielen? Nee, aber das kannst du rausfinden, wenn du möchtest Also ich glaube, du hast irgendwie 4 Millionen in EU West und 2,5 Millionen in NA oder 3 Millionen und dann hast du 4 Millionen in Korea und dann hast du, ich glaube, in Kino hast du 50 Millionen Nee, stimmt das? In Kino hast du, glaube ich, sogar eine 8-stellige Zahl an Spielern So, wir nehmen mal wieder den Vladimir raus, ja? Ich glaube, das ist unspielbar, das Matchup Zeigen wir mal wieder unseren Apishako an, ja? Wieder Top-Lane, perfekt Okay, ich glaube, das passt so, oder? Ganz gar Ich freue mich richtig auf den Apishako-Top Okay, wir spielen gegen den Mill-Fight auf der Top-Lane So, bin ich jetzt hier mit, oder? Ich kann auch mit der Gin spielen, hey, don't give a shit Gegen eine Sender Gegen eine Sender Das ist ja absolut nichts wert Für ein absoluter Shako-Experte, du Ich hab mindestens 3-4 Pink-Word-Plays in der letzten Montage gesehen Geben die Tri-Force in dieses Game oder Divine Sundre? Die beiden Sundre? Sundre Ich hab schon mal Wurden gespielt, du tatsächlich Nee, ich konnte nur sagen, dass ich dann bis so weiter hinten stehe Oh, hab ihn gefunden Der hat keinen Flash mehr, der Echo Ja, Top-Lane geht's richtig zur Sache, Leute Nee, mach den Autolust immer sein Shit Nach der Crew, Mann Ja, er blockt den Combat nämlich an Was soll er vor? Ne, der wird's 10 Sechs Sekunden auf meiner Combo Ich hab aber gleich Q-Up Ich versuche unsere Combo zu treffen, der wird Flash Und dann gehen wir raus Ich hab viel mehr Qs benutzen, ich bin ja permanent full Mana Willst du hart paschen? Ne, 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 ne Echo war auch oben Die Boxler hat echt schlechten Wave Alter, hat er die Schilder bekommen Nein, nein, oh nein Geh ich Malermü zuerst oder schien? Große Wave Is for me Das ist wie weiter Donnie, wenn du denkst, dass du die verwerten kannst, dann kommst du den Ehe, ne? Kann ich den Autolust verwerten, ist die Frage Der kennt mich da Der klingt irgendwie fast sexuell, wenn du dazu hast Was ist denn verwerten sexuell? Wenn er da so sacht, ich weiß nicht Das ist meine Aura Da schwingt irgendwie was mit, muss ich sagen So, Full Clear Richtung Topside Klingt das auch sexuell? Also ich finde das Oh, das hört mich richtig ab, da Ja, das ist eher ein Abturn, muss ich sagen Der Full Clear Da hätte ich gleich Sex auf Top Oben ist sehr viel Action tatsächlich Okay, jetzt bist du Nummer 6 Warte mal, der ist botten Okay, dann glaube ich wieder hoch Okay, du bist Mitte Uuuu 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 Pickboard, wer ist das? Äh Donnore ist hier Ich bin nicht hier, partner, wenn du hier wirst Sein 0 mit deiner gedodged oder was hast du gemacht? Ja, ja, hab ich genauso Okay, nice Genauso Genauso sei das auch so Das ist, das wurde mir alles echt schwer zu spielen, muss ich sagen Ich werde jetzt mein Full Clear in Richtung Top antreten Wasser Na, das war jetzt nicht so sneaky, muss ich sagen Hahaha Na, war nicht so sneaky, ey, holy shit Bam Amm Eko ist Top Bewege mich Richtig, runtergebraucht hier Scheiße, der hat bei der Topside gemacht Scheiße, scheiße, scheiße Der Top Leader ist wahnsinnig low, aber der hat noch Ult up Irgendwie ist der ein bisschen stärker als ich, muss ich sagen Oh, scheiße Äh Also ich meine, keine Ahnung, die können hier schon was machen auf uns, aber Solange der Echo Ah, der wird hier Okay, der geht jetzt rein Schaut das Ganze auch Kampfen Look Ah, das ist eigentlich so fähig für die Oh, ich liebe diese Champions so sehr Bolo Bolo Top Iiii Ja, 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 ja Ich muss sagen, AP Shaco macht echt Spaß Äh, ja Das ist crazy, wie viel Spaß das macht, ne Also, Freddy hat einen Zuckepacker, ja? Äh, ich bin AP Shaco Ja, gut Oh, jetzt Jetzt geht er wieder rein Haben die irgendwie geheilt oder so? Bewege mich mal in Richtung Top, ich weiß nicht wie viel du da rauskommen willst, aber Nice Panduru Oh, no way für den Pinkwatch Faker Play 8 Vielleicht auch Oh, nein Ich hab ihn oder? Nein, bitte Donnie, bitte, bitte Donnie Oh, mein Gott Ich hatte ihn Ich hab geintet Ich hab mich zu früh gezeigt Der hat keinen Ohren Wo ist der Echo? Wo ist der Echo? Der war eines viel oben Was baut man als nächstes auf AP Shaco? Ja Vielleicht Lidspende oder sowas Keine Ahnung Oder gibt's irgendwelche guten M.A. Items? Oder ist der Echo Top denn? Demonic useful Oh, wait, ich muss mal Ich kann die Lissandra matchen Die Botlane move wahrscheinlich auch, oder? Ist grad die F*** Ich kann nicht den Drake fighten, aber Ja, können wir runterkommen und kann da so ein paar Puppen aufstellen Äh, 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 äh Mann, meine Ulch sind bad Aber den ist falsch gewinnen würde Echo hinter euch Geh auf die Puppe, geh auf die Puppe Geh auf die Puppe Okay, Echo Ult Ja Er ist geroutet Panda F*** ihn Oh, ja, Panda Sehr schön Sehr schön, Luke Sehr schön, es ist okay Oh Ich geh mal Botlane farmen, ne? Sehr schön, sehr schön Horizon Focus wird mir empfohlen Ja, wahrscheinlich nicht, wenn die geimpriert wären Das macht voll Sinn, oder? Horizon Focus Ja Ja Aber trotzdem nicht Backseat Game hier im Chat Chat, ne? Hä? Wo ist er hin? What the? Der ist einfach verschwunden Hat sich in Luft aufgelöst Ist einfach verschwunden, der Stein Der hat sogar geflampt Ist der auf die Puppe geflampt Let's go Gott, macht das Spaß, ne? Du bist so schadenfroh, Alter Ich bin so weit, wenn ich da komme Ich bin so sehr Oh, Mann, ey Ich bin irgendwie nie Frontliner Ja, es ist ja auch ein bisschen langweilig Ja, komisch Ja, mit Frontliner ist ja echt langweilig so Achso Is it for me? Machen wir hier ein bisschen Po- Ja, ja, Günther Is it for you? Oho Oho, die killt die Leute, lalo Ich stelle jetzt hier, glaub ich, eine Wand auf und dann gucken wir mal Eine Wand, um sie alle zu knechten Och ich sag doch so Ach, meine Boxen in Not. 30 Sekunden bis zum Draggen. Vielleicht kriegst du ja noch was. Hast du den bekommen? Ja, toll war das. Oh, Panda. Die können halt nie in den Jungle reingehen, weil da die ganze Zeit so verf***te Boxen rumstehen. That's god damn right. Ich will das Draggen machen. Jetzt verlegen. Oh, er hat's gerochen. Was kommt man als drittes? Ravenous Hydra wahrscheinlich, oder? Äh... Äh... Wie gut. Vielleicht Blade? Oder ist das nicht mehr cool? Nee, 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 nicht Blade, nicht Blade. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, wie ich meine eigenen Champions... Ich weiß nur, wie ich meine eigenen Champions brauche. Ja, komm gleich ein Rapperfab, greif zu. Is for me? Der Lucian wird sterben an der Ulti. Dann snibt er in die Ulti. Neeeee. Oh, Pogu, Alter. Tolkien das Orakel von Dini. Eieieieiei. Was kauft man sich denn als nächstes auf Sharkboy? Der geht dann nicht mehr raus, das Game, hab ich das Gefühl. No way kauft nichts mehr, der geht nicht mehr bei uns. Oh, hat der Mervi ein Ult? Ja. Was ist das? Ist so pervers. Holy moly. Ach, ist doch egal. Du bist so ekelhaft. Du bist so ekelhaft. Noah, ich bin super angewidert, Mann. Alter, ekelhaft. Ich hab den Spaß meines Lebens hier grad mit meinem Apishako. Willst du den Blue haben? Ist doch besser auf dir, oder nicht? Oh mein Gott, Mann. Ich will hier gar nichts mehr von Nore verwerten in dem Game. Ich bin angewidert. Falt mir, was ich kaufen sollte jetzt als nächstes. Was hast du denn? Raven is Hydra. Dann brauchst du Crutch als nächstes. Was war denn hier mitnehmen? Ich will das... Serindis Crutch. Serindis Crutch. Das ist laut doch, oder? Oh. Ich stell'n die Wand auch. Äh... Oh, oh. Okay, okay. Ich... No way schläft, glaub ich nie an irgendwas. Oh, lol. Oh, Mann, Alter. Ich hab' nicht mal einen Assist bekommen. Ja, lass den machen. Böse Heimzükschlacher. Hier, I don't know, so hewisch. Ich möchte ja gerade vorheben, dass ich die Tür auf die Gäufe. Oh, hier ist jemand da, ne? Da krieg' dich schon wieder nicht. So sauer. Er hat aber immer noch Bock. Und er hat keine Ult mehr. Vor allem kein Gale Force. Ich kann den nicht offensiv stehen. So, auf der nächsten Wave werde ich in den Wand aufbauen. Hier ist ein Wort in dem Busch. Der lässt mich nicht gleich sehen. Brauch' ich nicht. Oh, sorry. Oh, keine Sex mit Sex. So, Leute, auf der Wave bin gesieged. Jetzt, wo unser Dash weg ist. Ich gehe gleich für'n famosen Schachzug. Ah, Moment. Äh... Leute, objektiv. Wir wollen getrennt. Sie wollen rein! Der Mefer ultet gleich. Ich hab aber Sonja's, ich hab's... Is for me? Is for the me? Is for the me? Is for me? Is for me? Is for me? Mit, ich seh' nix. Ah! What? Wieso dauert das so ewig, bis die Kamera zurückgeht? Schaff' mir den Lucien? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, ne. 18-3, ein paar Items. Äh. Okay, Feuer wird er öfter in den Midlane. Oh, ist jetzt gewählt. Komm, geht rein. Komm, geht rein. Jetzt gewählt. Okay. Andra mag den Flash aber nicht. Nee, ich will den nicht. Ich lebe ohne Edge. Okay, das ist Andra von HP. Ah, ja. Die wurde abgeräumt. Ja, ja, ja. Warum ist der denn nicht rein? Weil ich nach vorne her. Was für ein Meter. Mach die Mauer weg! Stell euch mal vor, ich hätte die Boxen eingestellt. Nein! Die Boxen machen so viel Schaden. Scheiße, ne? Ja. Okay. So, pass mal auf, hier kommt die Makro-Wall. So! Sohn vom Dragon, Attacke! Hier kommt keiner rein! Da ist ein Echo. Mach jetzt schnell weg den Drachen! Oh! Wow! So, und du? Das ist auch nicht so ganz so weit, habe ich jetzt nicht nachgedacht. Oh, der eine, der die Rüstung kippen, ne? Oh, der Rüstung ist so tot! Okay, let's see! Oh, dankeschön! Rennen wir mit dem Klon ein bisschen rum? Das sieht nach normalen Speed aus. Ja, ja. Ähm. Ich würde den Anker mal einmal anfassen. Ich würde den Anker gerne einmal anfassen, was? Wer hat dir aufsicht einen Mauer zu bauen? Ähm. Oh, das ist Sonja's! Ich bin echt schon insane! Auf nach Baselien! Skrrrrr! 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 Da kriegen wir doch noch einen, oder? Oh, shit, ich glaube, wir finischen uns zu schnell. Okay, der ist langsam, du hast recht. Also, ich krieg den Move in Speed und der Klon kriegt ihn nicht. Hey, mal wieder was gelernt! Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall! Als ich jemals in irgendeinem Competitive Match mit AP Shaco in meinen GameSub mit er klaut soll, dann weiß ich jetzt Bescheid. Boah, das war echt dirty! Das ist aber schon ein relatives Nischenwissen, muss ich sagen. Ach, der hat so Spaß gemacht, ey, AP Shaco. Goddammit, ist das ein geiler Champion. Du spielst halt eigentlich ein Minigame, weil du Gegner die ganze Zeit so verarschen kannst. Ja, ja. Hast du gehabt, Moos? Dammit! Goddammit! Abonnieren! Ich bin, ja! Ich bin, ja! Ich bin. Ach, das war echt! Ich bin, ja! Abonnieren! Obwohl! Ich bin, ja! Ich bin, ja! Rất! Mal. Böhn! Böhn!